Bei uns ist leider der Super-GAU eingetroffen und zwar ist unser Boot auf dem Weg nach Türkei kaputt gegangen. Leider ist ein Gabelstapler beim Verladen in das Boot gekracht. Jetzt haben wir einen Totalschaden und jetzt müssen wir gucken, was wir daraus machen. Das Besondere bzw. die Herausforderung an der Situation war, dass es das Boot, was wir jetzt fahren, in Tokio fahren werden, nur zweimal in Deutschland bzw. zweimal auf der Welt gibt. Wir haben zwar noch ein Ersatzboot in Türkei, das ist aber nur ein Prototyp und leider auch nicht pink. Daher war es uns besonders wichtig, dass wir das Boot, was wir jetzt hier in Duisburg hatten für die Vorbereitung, jetzt irgendwie auf irgendeinem Weg noch Richtung Tokio bekommen. Um sicher zu gehen, haben wir besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Dafür diese große Holzkiste. Wir werden unseren Fehler heute gut einpacken und hier reinlegen und hoffentlich dann übermorgen in Tokio sehen. Das ist Elektronische Hol HEY incompatschen. Er ist nicht die Getötet. Denut Vielen Dank.